hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren am mod vorstellung und zwar haben wir von oder haben wir den echo 1000 series von dem autor aran modding ist erhältlich für pc mac ps4 ps5 xbox one und xbox series zu den informationen wir haben standard 396 ps er braucht 800 liter diesel er braucht 85 liter adblue höchstgeschwindigkeit 60 km h hat ein gewicht von 14,1 ton und wir haben die reifen tm 1000 dann kostet der kollege eine anschaffung 3 329.000 suchen die basiskosten betragen 6580 pro arbeitstag 3290 pro arbeitsstunde 6909 und 16.797 im leasing 79 im leasing so wir haben diverse sachen die wir ändern können ich würde sagen wir schauen uns einfach an und zwar haben wir die reichen hersteller trelleborg michelin mieters bkt nokian trelleborg standard variogrip radgewichte breitreifen breitreifen plus radgewichte pflege bereifung links bereifung hinten zählungs bereifung vorne links bereifung doppel bereifung doppel bereifung us und standard michelin haben wir variogrip radgewichte breitreifen breitreifen plus radgewichte pflege bereifung zwillings bereifung hinten dass ich denke mal es us style und zwillings bereifung das ist die für deutsch doppel bereifung usa und standard mieters haben wir variogrip radgewichte breitreifen 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 plus radgewichte pkt haben wir radgewichte zwillings bereifung standard nokia trees haben wir kommunal da können wir nichts ändern und das war's dann haben wir design eco and various series oder echo challenger series echo jens forstmaschinen und das war's design mit und kotflügel ohne mit kotflügel und forstkäfig geht auch ohne dann haben wir die ausführung 10 38 mit 396 ps dann haben wir den 2 10 42 mit 500 435 ps den 10 46 mit 476 ps und der 10 50 mit 517 ps die hauptfarbe die können wir machen wir wollen aber ich denke mal ein fan bleibt fände das zudem den mieten wir uns jetzt einfach mal schauen uns den mal an da haben wir ihn stehen das ist ein verdammt riesen schlepper in der heckpartie alles was wir brauchen und zwar machen wir erst mal motor die kundflügel können klappen auch ein also bleiben ab einem bestimmten geraden gerade das funktioniert auch das ist gut so denn würde ich sagen einmal zur lichteinrichtung ganz normales fahrtlicht arbeitslicht hinten arbeitslicht vorne funktioniert dann haben wir blinker links der hinten funktioniert an der wandtafel haben wir auch noch mal ein blinker und vorne funktioniert auch blinker rechts auch an der wandtafel wieder funktioniert und der blinker vorne funktioniert dann haben wir noch die runde leuchten das funktioniert auch das sind diese runde leuchten das funktioniert auch wenn wir bremsen haben wir oben halt ganz immer das bremslicht das passt die innen ansicht hier haben wir monitor wo natürlich auch vorne alles angezeigt wird was wir gerade an haben in grün und links das funktioniert knöpfe leuchten alle das ist nicht schlecht im raum ja gut nicht gehalten spiegel die auf uns eingestellt sind das passt und dann hat der bursche noch ein paar funktionen und zwar linke maustaste gedrückt halten nach rechts können wir die heckklappe öffnen heckklappe sag ich schon heckscheibe öffnen für euch ziehen rechte maustaste gedrückt halten könnt ihr die dachluke öffnen linke maustaste gedrückt halten nach vorne könnt ihr die fahrradtür öffnen ansonsten war es das können wir nichts weiter ändern nein mehr können wir nicht öffnen mehr geht nicht es ist ein sehr schöner schlepper kann man nicht anders sagen man darf dann können wir auch nicht ein klappen aber ansonsten ein wirklich ein schöner schlepper was halt so ein bisschen die funktionen angeht ihr könnt das natürlich auch alles steuern mit den einzelnen tasten wie zum beispiel die tür öffnen mit n und schließen heckfenster könnt ihr mit einem öffnen mit k schließen dachluke mit schrift plus taste und n also da könnt ihr aber ihr könnt auch halt alles per maus steuern ich würde sagen wir schauen einmal in die log und die log sagt fehler frei und ihr euch ruhig runterladen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da über ein abo würde ich mich natürlich sehr freuen und um keiner meiner weiteren videos zu verpassen gerne die glocke aktivieren die euch immer benachrichtigt wenn ein neues video online kommt ich danke fürs zuschauen bis dahin euer manuel bis dahin euer manuel